Hey Leute, herzlich willkommen zurück und siehe da, ich bin immer noch am Leben. Mein Gott, liebe ich diese Lagerfeuer. Die sind der absolute Wahnsinn. Die sind wie für mich gemacht. Gut, dann schauen wir doch jetzt mal. Das hier ist auch irgendwie so ein toller Effekt, bei dem ich... Okay, gut, das ist jetzt die dritte Ebene. Ich könnte jetzt natürlich sagen, hey, ich gehe jetzt mal wo es Events gibt, um mich so ein bisschen... Wir haben noch eins. Wir haben 102 Lebenspunkte. Ich könnte mich theoretisch noch auf 115 hochheilen, wenn es möglich ist. Zu den Gegnern kann ich jetzt leider nichts sagen. Aber diese Schnecke, die sieht doch ganz knuffig aus. Deswegen, hmm, da hätten wir direkt einen Elite-Gegner. Oder ich müsste halt auch mal gucken, dass ich mir einen Weg suche, wo ich nochmal so eine Gabelung habe. Weil dann könnte ich nochmal in eine andere Richtung ausweichen. Und wenn ich jetzt hier links lang gehe, dann kommt das zwangsläufig da zum Elite-Gegner. Und die Kämpfe kann ich dann halt auch nicht vermeiden. Wenn ich jetzt aber hier mehr durch die Mitte gehe... Gut, die Kämpfe kann ich da jetzt auch nicht vermeiden. Ja, okay, obwohl das bringt auch nicht allzu viel. Dann geht es sowieso nur noch links lang. Ha, ja, das ist jetzt natürlich so eine Sache. Wir können natürlich auch rechts lang. Dann hätten wir hier einen Elite-Gegner. Da vorn, da oben, das geht halt alles zum Boss. Also diese Wege unterscheiden sich jetzt auch nicht so wirklich. Ich kann halt überall nur einmal so ein Event mitnehmen. Okay, hier wären das dann zwei. Auf der linken Seite wäre es dann eins. Und da hätten wir direkt vor dem Boss dann den Elite-Gegner. Ob das jetzt so eine gute Mischung ist? Ich hätte dann eher noch lieber einen normalen Kampf oder ein Event, wohin ich dann ausweichen kann vor dem Boss. Dann hätten wir danach einen Elite-Gegner. Das ist ja auch super. Aber rechts wären überall nur Kämpfe. Da sind auch überall nur Kämpfe. Also, okay. Es sieht sehr schlecht aus, dass ich mich da irgendwie durchmogeln kann. Gut, aber lange geredet. Ich würde mal sagen, wir fangen mal... Fangen wir jetzt mal rechts an. Ich habe auch keine Ahnung, wer du hier bist. Bock-Golem. Ach nein, nicht Poison. Nicht Poison. Was ist mit dir hier? Du hast Frost. Okay. Ja, Poison-Blatt. Das ist super. Ich kriege Poison, wenn ich Leben verliere. Ich hoffe mal, du hast keine Angriffe. Also sowas wie 8x1 oder sowas. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Okay, du willst mich schon direkt angreifen. Dann würde ich jetzt am Anfang doch schon mal so sagen. Ich spiele jetzt erstmal Mental Growth. Dann Deft Focus. Und dann könnten wir sogar noch Karten ziehen. Kostet aber dann auch 2 Mana. Wobei, wir haben jetzt hier Patient Focus. Deswegen, ich fange erstmal... Ja, jetzt ist die Frage. Er hat halt eine Menge Rüstung. Du hast halt gar keine Rüstung dafür, aber mehr Lebenspunkte. Aber insgesamt weniger. Wobei, du hast dann halt wieder... Poison. Ich mache das jetzt einfach mal. Wenn das knallt... Wenn dieser Effekt ausgelöst wird von Arcane, dann bekomme ich aber kein Poison. Moment, das hatte ich doch jetzt richtig verstanden, oder? Ach nee, wenn du Leben verlierst. Okay, gut. Dann Kommando zurück. Was den anderen Krempel hier angeht... Ich würde... Das ist jetzt so eine Sache. Ich würde natürlich... Ja... Ich werde so... Ich glaube, ich hole mir dann... Boah, das ist jetzt die Frage. Wir haben halt 4 Mana. Das könnte ich dann nicht mehr spielen. Ist es nicht so wichtig? Ich gucke mal, was wir hier noch kriegen. Wenn wir keinen Mana haben. Und ich habe jetzt natürlich keine Karte, die 2 Mana kosten würde. Ich könnte jetzt das hier spielen. Dann hätten wir wieder 4. Dann... Damit komme ich halt jetzt auch nicht allzu weit. Das ist halt alles ganz schön doof. Hm... Adapt und Witz brauchen wir dafür. Und Mana Boost. Was haben wir denn? Adapt, Mana Boost. Ja, wäre schon... Ja, gut. Ich mache das jetzt so. Wir müssen halt auch ein bisschen Schaden machen. Dann haben wir nochmal Arcane. Nochmal Arcane. Gut. Dann spielen wir jetzt die Karte. Ja, dann haben wir halt wieder 4 Mana. Das zieht sich mit Inner hier aber auch unglaublich in die Länge. Ich habe das ja auch schon bei anderen Spielen bei Slay's Spire gesehen, dass die Leute einfach die Karten daraus hauen und dass man gar nicht mehr wirklich mitkommt, wenn man nicht genau weiß, was der da gerade macht. Das Problem werdet ihr bei mir nicht haben. Das ist... Das kann ich schon mal definitiv sagen. So. Ähm... Rocky Hyde. Ja. Ja. Nehmen wir. Regeneration wäre natürlich... Auch nett. Aber... Ja. Hm. Machen wir das erstmal so. Wir können dann... Was können wir denn dann? Wir können eine Karte abwerfen. Ist denn hier irgendwas bei, was ich nicht haben möchte? Ich möchte erstmal Stone Skin haben. Das sind halt auch... Sie hat halt viele unterschiedliche Debuffs und Buffs, aber ich bekomme so langsam das Gefühl, dass das keine gute Ischung... Äh... Ischung. Genau. Keine gute Ischung. Nein. Mischung ist, die zu mischen. Also Karten, die dann... Weiß ich nicht. Vulnerable haben. Weak und Frail. Und andererseits dann die andere Karte hier mit Adapt und den ganzen Krempel. Man spielt die halt auch, aber... Man kann das halt ergänzen, indem man sich entsprechende Karten holt, die das dann unterstützen, dass die Karten dann auch entsprechend den Schaden machen. Aber wenn man wirklich beide Sachen haben will, dann werden das halt auch eine Menge Karten im schlechtesten Fall. Und man muss die dann halt auch bekommen erstmal. Wir kopieren mal eine Karte und ich würde sagen, wir kopieren hier die Mana-Karte. Ja, das ist doch... Da bin ich absolut dabei. Genau, dann haben wir wieder 9. Dann ziehen wir hier nochmal Karten. Revelation ist... Ja, ganz nett, aber ich würde gerne Improvise nehmen. Dann haben wir hier einmal das. Dann... Wir haben 4 Shield. Das ist jetzt nicht so viel. Mana-Drain. Das ist ja auch... Das ist ja ziemlich arschig. Das heißt, wir haben dann in der nächsten Runde weniger Mana. Also sollte ich sowieso dann gucken, dass ich dann gar kein Mana habe. Es ist halt... Ich würde halt... gern das hier spielen. Aber... Das hier ist halt schon sehr nett. Brauche ich das jetzt aber unbedingt? Ich glaube, wir hatten... Moment. Das ist doch... Ne, das haben wir jetzt noch gar nicht. Ha. Aber Heilung hat jetzt, glaube ich, sowieso erstmal ein bisschen... Ja, komm, ich spiel doch die Heilkarte. Was soll's. Dann. Hauen wir die halt auch noch raus. Dann spielen wir die, schmeißen die Karte weg. Und dann war's das jetzt erstmal für die Runde. Mana-Drain ist natürlich für sie, glaube ich, auch nicht so toll. Also wenn das gegen sie läuft. Ich hab jetzt auch die Heilkarte einfach aus dem Grund gespielt, damit sich hier das Limit nicht reduziert. Gain Poison. Und Tweak. Und... Ja, super. Wir ziehen zwei Karten. Ja, das ist der absolute... Das ist ja richtig, richtig toll. So. Du willst Schaden machen. Das find ich ja schon mal recht nett. Was haben wir denn hier? Heilung. Ja, das ist auf jeden Fall nett. Dann hätten wir nochmal... Ich hab jetzt aber auch hier keine... Das wird sich jetzt, glaube ich, sogar lohnen. Auf jeden Fall. Also, es läuft eigentlich dann auch schon wirklich darauf hinaus, dass wir möglichst viel Schaden machen müssen in wenigen Angriffen. Damit wir nicht hier Probleme... Oh Gott, Poison. Ähm, ja. Gut, das ist schon super. Ähm... 6 Shield, Frost, äh, wir passen uns selbst Frost. Ist das jetzt so gerade ein Problem? Ich glaube, das könnten wir dann sogar machen. Wobei, ich werd dann... Wenn wir kein Mana haben. Das können wir so. Ja, dann müsste ich die Karte spielen. Ach, wisst ihr was? Ich mach das so. Dann holen wir uns da jetzt Shield. Dann brauchen wir die hier im Prinzip auch nicht spielen. Dann könnten wir nochmal gucken, ob wir denn... Was war hier denn? Das ist auf jeden Fall... Der Mushroom ist immer ganz nett. Aber man sollte dann halt auch immer was haben, was dann Schaden machen kann. Gut, spielen wir mal die Karte. Ach, die ist halt schon echt... So richtig, richtig, echt nett. Das ist halt auch... Okay, mit... Ja, gut. Ich hätte die zuerst wegen Mighty dann spielen sollen. Ach, Mann. So, ich muss mal hier gerade eben gucken. Poison 26, alles klar. Ja, du musst drauf gehen. Und dann haben wir da halt auch noch Poison drauf. Hm. Mit 5. Das heißt, ich nehme erst mal das und dann hätte ich gerne die hier. Das verpasst. Das ist ja so eine Sauerei. Wenn die angreifen, kriege ich hier Poison reingedrückt. Das ist ja mal eine miese Nummer. Dann werde ich jetzt das hier doch mal spielen. So. Gut. Dann haben wir hier... Es wäre, glaube ich, echt besser gewesen. Ich hätte erst den angegangen. Weil dann müssen wir uns die ganze Zeit hier noch mit Poison, glaube ich, rumschlagen. Ich werde dich jetzt mal erledigen. Das war... Das bin ich, glaube ich, falsch rum angegangen. So, im Nachhinein erscheint jetzt doch der andere Weg sinnvoller. Gut, wir können uns immerhin noch auf 92 wieder hochhalten. Wir haben jetzt ja auch eine Bandage wieder. Gut, die werde ich eigentlich immer spielen, solange ich irgendwie Lebenspunkte regenerieren kann. Da brauche ich gar nicht großartig drüber nachdenken. So. So, Invigorate ist mir ehrlich gesagt zu teuer. Und wir heilen auch so eine ganze Menge damit. Deswegen brauchen wir die auch gar nicht wirklich spielen. Aber das Mana würde ich... Obwohl, wir können die halt eigentlich schon spielen, weil... Mana Drain. Da steht jetzt aber auch nicht bei, um wie viel das dann reduziert wird. Das ist ja voll shocking. Ha, ha, ha. Oh Mann. Ähm. Ja. Nehmen wir... Nehmen wir... Fangen wir erstmal damit an. Dann machen wir damit weiter. Dann können wir noch... Das ist halt jetzt auch so die Frage. Ähm. Ne, das... Ja, gut. Das mit Mana war jetzt eh so ein bisschen... Diese passive Heilung ist da jetzt auch nicht so verkehrt. Vor allen Dingen, wenn man dann so viel Gift abbekommt. Was ich mich auch gerade frage, wie viel reduziert sich das denn jetzt immer pro Runde? Das reduziert sich ja. Das ist ja die Menge des Schadens. Wir können uns um 14 heilen. Das ist auf jeden Fall auch super. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas Tolles, Interessantes, irgendwas in der Richtung? Das ist halt auch alles... Ich könnte die natürlich kopieren. Dann könnte ich versuchen, auf 0 Mana zu kommen, aber ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ich könnte auch die Heilkarte kopieren, aber das ist jetzt... Ja, toll. Das wäre jetzt auch... Ne, Moment. Wir machen das anders. Ich kopiere jetzt die Karte hier. Die kostet halt auch nichts. Spielen wir erst mal das für den Anfang. Dann, wir haben kein Shield. Wir brauchen jetzt aber eigentlich auch kein Shield. Letzte Karte wird das, glaube ich, auch nicht werden. Wir könnten das... Wir machen erst mal Schaden, soweit. Gut. Und den Rest lassen wir einfach links liegen. Sechs Mana. Okay, das hätten wir wieder. Das könnten wir... Oh, neun mal vier. Alles klar. Ich würde dich gerne erledigen. So, wir haben ja noch mal so ein paar Zeug. Wir haben da auch Schock. Will ich das denn? Ich würde halt gern... Damage machen. Das... Haben wir denn? Ja, wir hätten zwei Tools. Und das müsste dann ja auch... Reichen. Genau. Ich habe kurz überlegt, ob ich dann lieber das Shield nehme und die Karte nicht spiele, weil sonst wäre das Shield halt weg. Aber so hat halt das gepasst. So. Rallying Strike. Ähm, nö. Nein. Unstable Bolt. Äh, nee. Rime Shield. Ach, das ist auch nichts. Nee, dann nehme ich jetzt hier mal Reroll. Introspection. Fatigue. Kriegen wir das. Wann das nochmal? Ach, ja, stimmt. Das war, dass die Karten teurer werden. Okay. Anarmt Combo. Okay. Ja, so oft... So sehr habe ich da jetzt auch noch nicht unbedingt von profitiert. Ein paar Mal war die ganz nützlich, die Karte. Aber davon deswegen gleich zwei zu nehmen, ich weiß ja nicht. Spectral Infection. Ui, das klingt ja auch sehr interessant. Poison wird dreimal auf den Gegner gepackt und gibt dann zusätzlich noch Curse für jeden Rang des Giftes. Uh, das ist natürlich schon ganz nett, um Schaden über Zeit zu machen. Was für sie jetzt nicht unbedingt... Ich weiß nicht. Am Anfang ist das ganz gut, weil dann kann man Schaden abwehren. Jetzt hier auf der dritten Ebene. Da muss nur mal ein Gegner daherkommen, der mit einem Schlag sehr viel Schaden macht. Dann verliert das hier schon ganz schön an Wert. Ich glaube, ich nehme wirklich Anarmt Combo da nochmal. Dann machen wir das nämlich jetzt mal so. Gut. Dann können wir jetzt nur das Event mitnehmen. Und wir kriegen einen Segen. Taff. Ja, toll. Ich bin begeistert. Aber sowas vom Elite-Gegner zu bekommen, ist jetzt auch nicht so fakert. Ich habe jetzt auch schon 24 Karten hier. Das ist ja... Oh, hallo. Shadow Bone Elemental. Das wird ja immer merkwürdiger hier. Heilung. Heilung ist super. Heilung bin ich ein Fan von. Heilung mag ich. Wir heilen uns zwar weniger. Wir haben Curse. Was willst du denn machen? Du machst dir Selbstschaden. Füchst Karten hinzu. Das ist doof. Du fügst dir Selbstschaden hinzu. Und jetzt sehe ich erst, wie viele Lebenspunkte die haben. Na dann. Gute Nacht. So. Machen wir das... Ja, wäre Improvise, hätte ich vielleicht vorspielen sollen. Oh, Mana. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ha. So, Curse geben wir dir mal. Und... Ja, das spielen wir auch alles. Das kann ich jetzt leider nicht spielen. Aber wir haben einiges an Mana. Das wurmt mich halt dann doch etwas, dass sie so viele Lebenspunkte haben und uns dann auch noch Karten ins Deck packen. Ja, super. Drei Leben verlieren. Drei Shield bekommen. Das ist, obwohl, das ist gar nicht mal so verkehrt. Wir haben ja Heilkarten. Deswegen... Und es ist auch... Zählt auch als Skill. Hm. Dann... Machen wir das doch erstmal. So. Das ist, wenn wir kein Mana haben. Wir könnten uns... Ja gut, die Heilung brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich werde jetzt einfach noch meine Tools aus der Nase ziehen. Das wäre natürlich jetzt auch super gewesen. Haben wir denn... Wir hätten zwei Tools. Die machen halt schon Schaden. Deswegen würde ich dann schon gerne Shield nehmen. Ich könnte natürlich Schaden machen. Und das wäre auch gar nicht mal so wenig Damage. Aber ich nehme das hier, weil... Nee. Ich möchte jetzt nicht so viel Schaden bekommen. Dann haben wir noch sechs. Ich könnte das hier spielen. Und dann die Mana-Karte. Wäre... Das wäre eine Option. Könnten wir auch spielen. Ich glaube... Ja, das ist... Das ist gar nicht mal so verkehrt, würde ich sagen. 47 Damage dann sogar. Dann spielen wir nämlich... Fokus. Dann haben wir wieder vier. Dann kann ich jetzt hier noch... Die beiden raushauen. Das knallt auf jeden Fall gut. Ja, das war die beste Option, glaube ich, an der Stelle. Gegen den Schaden konnten wir jetzt eh nicht so viel machen. Außer das bisschen Shield. Generell, selbst wenn ich jetzt mit ihr ein bisschen Leben verliere. Solange die hier halt jetzt nicht die Klopper raushauen, was Schaden angeht. Können wir das ja eigentlich wieder so ein bisschen gegenheilen, behaupte ich jetzt einfach mal. Gut, was haben wir jetzt hier? Machen wir das erstmal so. Dann. Ihr wollt nicht angreifen. Und das finde ich ja schon mal sehr nett von euch. Wir haben hier Schock. Das ist ja schockierend. Oh, ja, ich höre ja schon auf. Ich höre ja schon auf. Dann. Wie machen wir das denn? Ich könnte die Karte auch aufwerten. Und dann da Burst raushauen. Das geht ja mit der Karte gar nicht. Okay, dann müssen wir halt die nehmen. Ich komme jetzt auch nicht hier auf. Ach, das ist schon wieder doof. So. Du bist weg. Das ist hingegen gut. Und du beschwörst Viecher. Ja, das ist nicht so gut. Todessporen. Du verteilst Powerful auf Allies, wenn du stirbst. Und wird nicht reduziert, wenn du stirbst. Also sollte ich... Oh, ja, ich habe halt Karten, die den ersten hier angreifen. Deswegen... Nehmen wir jetzt erstmal... Gut, mit Bleed komme ich jetzt aber auch nicht so weit. Das ist halt auch schon ein bisschen Schaden. Und da können wir jetzt mal... Wir können auch mal Karten ziehen. Okay, dann hätten wir das. Das ist jetzt alles auch nicht so toll. Dann beschwören wir die erstmal. Ja, die greifen dann halt auch den ersten an. Das ist halt... Blöd. Das mal so zu formulieren. Ja gut, können wir nur das spielen. Okay, das wird mir dann langsam doch ein bisschen zu viel schaden. Ja, das wird mir eindeutig zu viel schaden. Und der hat noch 500 Lebenspunkte. Puh, ich will es jetzt nicht beschreien, aber das könnte gleich vorbei sein. Bleed. Ich gebe dir jetzt Bleed. Nehmen wir Poison. Dann... Dann... Was machen wir denn? Wir hauen erstmal... Ja, das passt halt auch wieder nicht. Das passt halt nicht. Was für ein Mist. Du machst Schaden. Ja, gut. Ja, ne. Das war jetzt auch blöd. Egal. Ich habe mich da gerade verguckt. Das war ja einer von meinen. Hm. Wir könnten auf 0 kommen. Und ich wäre ganz stark dafür, hier erstmal das Shield zu nehmen. Dann... Ich glaube, Mana Boost und den ganzen Krempel lasse ich erstmal links liegen. Und wir hauen erstmal das hier alles raus. Hat immer noch so viele Lebenspunkte. Gut. Dann hauen wir das raus. Dann das. Dann können wir jetzt noch Mana Boost spielen. Ja, da kommen die halt mit dem Schaden nicht mehr allzu weit. Oh Mann. Ja, das ist jetzt... Ganz leicht problematisch in dem Moment, weil wir können dich nicht erledigen. Ich könnte... Ich könnte... Ich könnte... Ich könnte erstmal hier noch Karten ziehen. Da ist auf jeden Fall nochmal Heilung bei. Jo, das macht jetzt voll den Unterschied. Da haben wir Shield. Ähm... Das mit diesem Fixed Damage. Ist das denn... Geht das denn aufs Shield? Ich nehme jetzt einfach mal das Shield. Wir werden das rausfinden. So oder so. Oh. Ja, das wäre halt jetzt auch schon... Ist ein Skill. Nehme ich. Dann spielen wir das einmal. Und wir kriegen Mechanized Plating. Mit Discard. Okay. Tools würden Schaden machen. Das wäre natürlich jetzt, glaube ich, absolut die beste Wahl, weil das haut schon mal ganz gut rein. Dann können wir das hier nochmal nehmen. Aber ist es trotzdem... Also der Schaden... Also der Schaden... Der Schaden hätte... Früher kommen müssen. Oder ich hätte direkt auf den gehen sollen. Aber manchmal geht es halt einfach nicht. Weil wenn Karten... Wenn man Karten hat, die dann den ersten angreifen, ist das halt alles super doof. Oder jetzt auch hier mit den Begleitern. Ist das halt auch super doof. Habe ich schon gesagt, dass das super doof ist. Das Shield wird mir da jetzt auch nicht mehr allzu viel helfen. Toll. Karten Upgrade. Ja, das ist auch super. Das bringt mir jetzt hier nicht so wirklich. Wir können nochmal das spielen. Dann haben wir hier Stone Skin. Ja. Poison. Warum nicht? Verwundbar. Warum nicht? Und dann... Sind wir... So gut wie Geschichte. Ich bin begeistert. Ja. Gut. Das war abzusehen. Der hatte noch 154. Ich hätte trotzdem mit den Karten, die ich hatte, direkt auf ihn gehen sollen, glaube ich. Wie seht ihr das? Ich glaube, das wäre die bessere Option gewesen an der Stelle. Gut, das war doch jetzt mal was. Level 4. Yay. Neues Passiv. Adapt Mighty and Tough Effects. Plus 10%. Ja, das klingt doch schon mal super für sie. Und wir haben jetzt auch wieder so viel Zeug und schon so viel Gold. Dann machen wir hier erstmal ein Paket auf. Increasing Visions. Draw one spell increases value by one. Ah, dann kann man quasi, wenn ich das richtig verstehe, jede Runde eine Karte... Also jedes Mal, wenn man die Karte spielt, eine Karte in der nächsten Runde mehr ziehen. Also das deckt dann auch, ne? Das klingt so. Spirit Helmet. Wir und unsere Allies bekommen 10 Shield und Tough. Das ist natürlich super, wenn man irgendwas hat mit viel Allies. Purify-Statusse werden um vier reduziert. Zwei Shield pro entfernten Statuseffekt. Oh, das könnte natürlich auch super sein in gewissen Situationen. Repose-Statusse ist natürlich gut hier mit... Ja, wie heißt die nochmal? Die Schurkin da. Die hat doch eingebautes Evade so ein bisschen. Vicious Retort. Draw one vulnerable. Kostenlos, wenn wir einen Angriff ausgeweichen sind in der letzten Runde. Mein Gott. Mana Bolt. Verursacht drei Schaden pro Gegner. Und ein Mana pro Schaden verursacht. Das heißt, diese drei Damage zählen dann als ein Mana. Das heißt, wenn ich vier Gegner habe, die Karte spiele, dann spiele ich die Karte quasi kostenlos. Richtig, ich glaube. Gut. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier auf jeden Fall noch so ein paar Quests erledigt, bevor ich das noch vergesse. Damage, ja, Burn, weiß ich nicht. Draw extra Cards. Ja, das können wir nehmen. Arcane ist, glaube ich, ja, kann man auch nehmen. Wir gucken hier mal. Discard Cards. Das können wir, glaube ich, auch nehmen. Ansonsten, ich könnte das jetzt noch weiter anlocken. Vielleicht, ich glaube, wir nehmen nächstes Mal auch schon wieder, schalten wir eine neue Klasse frei und gucken uns die dann an. Das dauert dann zwar wieder gefühlt zehn Videos, bis ich die verstanden habe. Aber hey, gut. Ich hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Das war es erst mal wieder von mir. Und bis bald. Ich hoffe, ihr hattet soweit. Ich hoffe, ihr hattet soweit. Ich hoffe, ihr hattet soweit. Ich hoffe, ihr hattet soweit.